Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marlsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Keiter, Jodl, Krebs und Bockdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt sie? Das ist das Wagen! Sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh mein Gott, ich bin das einfach genau! Das bin ich derartig mit Belogen! Jeder hat mich Belogen zur Radio SS! Die gesamte Generalität ist nicht zweitlos ein Haus und nie das verrächtige Treue unserer Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Ich bin das Feiglinge! Verreißer, Verzahler! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, Wurren verladen, wie man Messer da behält! Jahre lang hat das Militär mal eine Abschuldung behigert! Es hat mich jeden Tag in der Stadt... Widerstand! Ich habe weggelegt! Ich hätte gut daran getan! Von Jahren alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganzer Rapper erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat gehübt der deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird erzaufen in ihrem eigenen Blut! Gott! Bitte, gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, erfen Sie sich, der wollte ich! Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! dann sind wir sie wohl! Dann sind wir sie wohl! Dann sind wir sie wohl!